In der roten Ecke. Er ist 37 Jahre alt, 75 Kilogramm schwer, 1 Meter und 70 groß. Sein Kampfrekord, 121 Kämpfe, 88 Siege, 45 davon durch. Knockout. Er ist wie kein Europameister, tritt an für das Gym. Im Warhol Gym ist an der Ecke sein Trainer Murat Tokat, meine Damen und Herren, aus Istanbul, Türkei, willkommen, Erkan Warhol! Es ist eine Kera, eine Kera, keine Elbe, eine Klinge, eine Attacke, wenn ich sage, stopp, dann stopp, wenn ich sage, stopp, dann stehe ich zurück und weiter. Glückwunsch für euch, danke euch. Die Kämpfer sind bereit, so let the fight begin! Er geht heute hochmotiviert in seinen Titelverteidigung gegen den erfahrenen Türken Erkan. Warhol, Warhol. Mit dem rammischen Röckchen, sage ich mal, brachte beim Wiegen schon mal 3. 2.000 Kilo kommt zu viel auf die Kacke und Tata greift gleich ab und da geht es mal runter. Ja, es gibt den Kampf noch mal frei, aber da war schon Wirungsreffer dabei. Und Morina ist natürlich einer, der lässt sich so den Chancen nicht entgehen, der würde ich hier gleich nachsetzen. Erfahrer normal ist der, aber wenn man mit 3 Kilogramm zu viel zur Wache kommt, dann ist man auch nicht exzellent vorbereitet. Er muss sich aufpassen, weil sich hier sein Elbbruch nicht einsetzt, der Erkan Warhol. Er versucht sich hier in einer Feithärte holz, in der rechten. Aus der Innenbahn, da dann Amorina. Er hat einen gewissen Finisher, den ich kenne. Und wenn man Gegner wackelt, dann gibt es da kein Pardon. Er versucht eines Bewegungs. Ein bisschen zu langsam ansetzt. Gleich geht sie wieder für Sacher. Dreimal das Clou hintereinander. Aufgesetzt. Alles kreikelkonform. Stopp! Stopp! Schwer, schwere Momente für Erkan Warhol. Da war noch ein bisschen nachsucht. Time! Ich glaube, der war noch mal ermahnt. Ein Knie und dann muss er absetzen und dann kann das wiederdringen. Aber der Warhol hat sich jetzt einigermaßen überrappelt. Stopp! I say break, break! Fight! Ich merke schon an, der Abdul El Reis aus dem Libanon kommt da. Morina, 41 Kämpfe, 37 Siege. Nur zweimal verloren. Ich habe ihn wieder in der Ring-Ecke und er arbeitet den Kloppen da. Nach allen Regen der Kunst. Echt der Wunsch. Und er kommt noch weiter. Und er wird angezählt von Abdul El Reis. Vollkommen zurecht. Der von Waren Hülter hat 21 Kämpfe. 80 Mal gewonnen, 45 Mal vorzeitig. Der kann schon was. Aber er ist natürlich auch in die Jahre gekommen mit seinen 7.30 Glänzen. Ja, ich bin zu langsam. Dann wieder mal schwer komplett für den David Dagan-Morina. Und er das Knie. Er variiert gut. Und Morina mal die Kombination, mal die Kipps. Dann das Knie. Schwer ausreichend für Waren. So, erste Runde war okay. In der Ecke im Laden Steko. So, Ketian Morina, der Bruder. Nebo Kostalinovic. Und Kilo Kuttler. Und da gab es den ersten Botenkontakt. Meile da war. Und da war John Dioppo dabei. Und ein bisschen gut reinkick. Und hier nochmal zum Körper. Stopp. Zweimal. Und auch die Fans sind begeistert. Runde 2. Runde 2. Runde 2. Ich will unbedingt hier vor zweitig gehen. Das hat er mir vorher im Kampf noch gesagt. Sehr offensichtlich, dass er da zum Kick ansetzen wollte. Aber wirklich ist er noch, der Erkan Warhol. Das hat er hier gezeigt. Zum Körper. Morina hat ja alles drauf. Und das ist einer, der war auch schon zweimal am Boden. Er kam nach oben und schlug den Gegner dann K.O. Stop, 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 stop. Der lässt sich gar nicht beeinflussen. So, jetzt versucht der Abdel Reyes hier mal die Gemüter etwas zu gesänftigen. Stop, 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 stop. Ich habe gesagt, break. Erstens. Erstens. Wenn ich sage, step, step back and continue. Komm. Komm. Relax. Okay? So einfach relaxen. Are you okay? Na ja, ich bin okay. War noch gar nichts. Time. Fight! Ja, das hat es eben häufiger. Wenn man eben einfach das Gefühl hat, dass er nachher am Break. Stop. Noch mal zu lang. Stop. Fight! Fight! Aber K.O. 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 Bislang ohne Erfolg, der Erkanwara. Aber wenn man ihn so kämpfen sieht, kann man sich vorstellen, ob er 45-mal vorzeitig gewonnen hat. Mal tief durchatmen. Das ging ihm zu tief. Mit der 5-Minuten-Zeit, sich da zu berappeln. Und weiter geht's. Ich würde noch ein paar Mal aufspringen. Nein, macht er nicht. Sehr gut. Achtung. Danke. 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 Ja, der Täubik seitdem war immer wieder ganz gut abgedrückt von Mauer. Also routiniert ist er, weil er weiß, wo die Schläge herkommen. Das ist ein bisschen geführtes Kämpfchen hier zwischen den beiden. Wieder ein, 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 ein. Hör! 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 Auf kam aus Schmarfer. Hör! Rich! Hör! Das ist der erste Mal. Stopp! Sollte es vielleicht nicht mehr auf seine boxerischen Qualitäten verlassen, der Dada Marina. Applaus Dada Marina schlug zuletzt im September 2018 im italienischen Isca-Weltmeister Christian Gumi der Done. Danach setzt er eine Fight Night aus, weil er genau an diesem Tag zum zweiten Mal Vater wurde. Danach musste er wegen einer Handverletzung aussetzen. Deshalb dieses Jahr Pause für ihn. Zitzen sieht er eigentlich ganz gut aus der Affäre. Runde drei, Round 3. Auch eine Meisterleistung in kurzer Zeit. So ist das Röckchen verrutscht. Dritte Runde. Der Mann hat noch ein paar Punkte. Jetzt haben wir noch ein paar Einlagen. Da haben wir immer die Minute noch mal kurz nachgezogen. Gut gemacht. Aber er kann einiges wegstecken. Das hat er schon mal gezeigt. Das ist ja kein Varol. Es ist schwierig, da für ihn an Murina ranzukommen. Noch ein weiter. Ist der Erfolg. Ein bisschen röger geworden ist gerade mal. Die Deckung stimmt bei Varol. Stopp! Feil! Gut, der Kick zum Körper. Und direkt nachgesetzt. Stopp! Feil! Und wieder ging es Richtung Süden. Wieder muss er tief Luft holen der Murina. Und beklagt sich jetzt hier bei Abdul Erez. ein bisschen arg häufig. Dass er hier mich tief trifft. nicht so aus. Das ist ein Exzident oder foul. Ich muss mal Exzident oder foul? Das ist Exzident oder foul? Das ist Exzident oder foul? Das ist Exzident oder foul? Von Baraun hat sich noch mal erkundigt, der Abdul El Reis. Aber allzu häufig sollte das in Lara der Fichter passieren. Ja, jetzt ruhig bleiben, Führungsanträgen. Die Lücke in der Deckung zu holen. Macht er jetzt richtig. Da dann Norrie. Stopp! Arkan! Arkan! Gute an der Gitarre! Stopp! 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 Fight! Mach zwar nicht die Kulten in der dritten Runde. Nur eine eher ruhige Runde ohne große Highlights. Und dann geht's ab in die Ecke. Und dann geht's ab in die Ecke. Hier nochmal ein paar Seitenrücken-Einstellungen aus Runde 3. Auf die Kikse hat er sich jetzt eingestellt, der Erkan Warhol. Und auf das Knie auch. Und dann geht's noch ein paar bestimmte Worte von Laden Steko. Die Runde hat ihm nicht gefallen. Das war der Führer Rundfunk. Nachdem er den Weg verstellt, er bringt ihn nicht mehr. Er schiebt die Paulus Beutlands aus der Herre, aber er ist der verstaunlichste Passag. Gib zum Oberschenkel. Das Knie, das Blockbein immer wieder wieder. Der Mann aus der Türkei. WKN-Europameister. WKN-Europameister. Da werden die türkische Meister kickboxen und Muay Thai. Da waren wir schon ein Füßchen weggefegt. Das Knie zum Bauch durchgekommen. Stopp, stopp, fight! 2, 3, 2, 3, 2, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Jetzt Antos, Besser. Die Aktion von Dada Mourina. Dann haben wir auch streut er jetzt hier den Innen-Schenkel ein. Das machen wir alles in einem. Das sieht man an solchen Aktionen. Die Hälfte kommt jetzt gut. Beziehungsweise das Knie durchgekommen. Er nimmt alles. Er ist langsamer als Burina. Amontia. Amontia. Break! Break! Beide Schläge auf die Deckung, harpe Arbeit für Dada Morina. Beide Schläge auf die Dada Morina. Und jetzt sind wir direkt in der 5. Runde. Aber er muss aufpassen, dieser Erkan Varol ist ein ganz ausgebuffter Typ. Aber er hat mehr Arbeit mit dem 37-jährigen Türken, als er das hat. Lieb sein kann, mehr Arbeit als er erwartet hat, vor allen Dingen. Ja, noch mal ein Überraschungsangriff. Aber das hat er gerochen. Er kann Varol. Die Linke, immer wieder die Linke, sehr gut. Und dann rechte Nachsetzen. Bleibt oben, Seilenken. Das ist schon eine Waffe, wenn sie kommen, diese Drehkips. Einmal der Ruf auf dem Bauch platziert von Varol vorhin. Aber ansonsten macht er das deckungstechnisch immer noch sehr, sehr gut. Er stand ja auch schon mit klasse Leuten im Ring. Der Erkan Varol wäre Enrico Kehl, Giorgio Pedrosian, Marco Piqué, Albert Kraus. Hat er zwar auch nicht gewonnen, aber das zeigt, dass er auch international hoch gehandelt wurde. Vorhörungen immer noch mehr. Ich bin noch tief gegangen. Aber gut, es kommt ja noch mal vor. Es war auch nicht so dramatisch. Jesus, ich hab was ... Ich hab's gesehen. Aber ... Was, was, was ist das? pea, was ich hab's permettest. sie haben noch zu gewinnen, dann muss sie diesen Haube. Nach knapp 30 Sekunden. Ja, dieser Treffer gesetzt. Der Kampf ist von Anfang an bestimmt der Dardan-Morina und Erkan Warhol hat guter Gegensatz. Noch mal ein bisschen Endspurt von beiden und die rechte und das war es dann. Der Dardan-Morina in einem Jahr Pause. Das muss natürlich das Urteil der Funk-Richter abwarten, aber er hat genug gemacht, um hier als Sieger den Ring verlassen zu können. Hier doch mal dieser Freikic. Am Seil endet. Die Fans jubeln schon mal. Gladiatorn aus Ingolstadt. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Ein einstimmiges Punktrichter-Urteil Unanimous Decision mit 3 zu 0 Punktrichterstimmen unter David Sieger. Und alter und neuer Weltmeister aus Ingolstadt. David Daran. Die Gladiator-Morina. Liebe Kampfsportfreund, einen riesengroßen Applaus an seinen Gegner aus Istanbul. Erkan Warhol.